Die Aspire S7 Serie zählt gegenwärtig zu den flachsten und kleinsten Full-HD-Ultrabux mit Touchscreen. Das S7 besitzt ein Aluminium-Uni-Body-Gehäuse und besticht mit einem völlig neuartigen Designkonzept. Dafür verbindet es hochwertige und modernste Materialien wie Gorilla Glass 2 und Aluminium zu einem einzigartigen Designobjekt. Dieser moderne Materialmix ermöglicht eine ultradünne Bauweise von nur 11,9 mm bei einem Gewicht von gerade nur 1,3 kg. Dank dem Unibody-Gehäuse ist es trotzdem stabil und bestens für den Alltag geeignet, denn nie zuvor war so viel Leistung in einem so leichten und mobilen Ultrabook verfügbar. Mit einem sichtbar intelligenten Intel Core i5 oder Core i7 Prozessor der dritten Generation ist das Aspire S7 startklar in Sekunden, beeindruckt mit brillanter Grafik und liefert bei Bedarf automatisch mehr Leistung. Für einen rasanten System- und Programmstart sind die 128 bzw. 256 GB SSDs im RAID-0-Verbund kombiniert, während das innovative Acer Twin-R Doppelkühlsystem diese hochperformanten Komponenten stets optimal kühlt, um jederzeit die volle Leistung zu gewährleisten. Dabei besticht das 11,6 Zoll-Modell durch eine Autonomie von bis zu 9 Stunden mit dem zusätzlichen Akku, während das 13,3 Zoll-Modell bereits mit dem internen auf bis zu 6 und mit dem optionalen Zweitakku sogar bis zu 12 Stunden Autonomie ermöglicht. Die Acer Aspire S7 Ultrabooks sind mit besonders hellen Full-HD-Displays ausgestattet. Dank innovativer IPS-Technologie wird eine farbgetreue Darstellung von Inhalten mit einem extrem weiten Blickwinkel ermöglicht. Gleichzeitig können Sie auf der neuen Windows-8-Oberfläche mit dem 10-Finger-Multi-Touch-Display noch schneller und effektiver arbeiten. Modernste Schnittstellen wie Micro HDMI oder USB 3.0 verbinden die Acer Aspire S7 Ultrabooks an einen großen TV oder übertragen Daten ultra schnell. Mit Bluetooth 4.0 ist ein zügiger Austausch von Inhalten mit Tablet oder Smartphone möglich. Ein weiteres Highlight ist die ergonomische Chiclet-Tastatur, die Veränderung der Lichtverhältnisse automatisch erkennt und die Beleuchtungsstärke der Tastatur selbst anpasst. Beide Modelle sind mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. So gehört eine Bluetooth-Maus, Leder-Case, Micro HDMI auf VGA und USB auf LAN-Adapter zum Lieferumfang hinweg dazu. Das Modell S7 191 beinhaltet sogar einen zusätzlichen Akku für die erweiterte Mobilität. Die Acer Aspire S7 Ultrabooks ermöglichen Mobile Computing in höchster Vollendung und kombinieren Performance, Design und Ergonomie in einer nie dagewesenen Weise.